GUNNERS PLAZA Aber man muss ja alles mal ausgetestet haben, ne? So, andere Waffe Dann verschanze ich mich mal hinter diesem Strahlträger Und... Und tschüss Fusionszellen Ich krieg mein Giftbolzen wieder gut Steampack Zum Glück hab ich genug von den Dingern Was ist denn mit Nebelus? Waren wir das? Ich dachte, ich hab nur ein bisschen Das Klebeband muss mit Da hab ich immer zu wenig Klebstoff Und während Kate jetzt da umeinander ballert Schau ich mal, was da drin ist Klebeband, Sicherung, Silberne Taschenkur Jo Gut Nein, das wird nix Uah Nerf Fusionszellen Fusionszellen Noch mehr davon Also langweilig war's hier bisher nicht Ich muss ganz ehrlich sagen Jede Menge GUNNER Das tat weh, ne? Das tat weh, ne? Das ist ne blöde Perspektive, hier ist besser, ne? Und tschüss Ne Chance hat er ja net wirklich gehabt Und Mach langsam recht viel Spaß Greife den Feind an! Greife den Feind an! Ja, eigentlich sind wir hier ja die Angreifer Wenn man mal ganz ehrlich ist So Die sind oben und hier geht's rauf Dann will ich da auch hoch Ganz einfache Logik Jetzt heißt es sterben Ist mir echt auf dem Sack Ja, das kann ich sogar verstehen Also ich wär auch sauer Mal schauen, ob das was wird durch das Gitter durch Es gibt nur Querschläger Mal schauen, ob's da rauf geht Ja, sieht gut aus Ist das ein Witz? Das muss ein Witz sein Ist das ein Witz? Jetzt hat er mich bemerkt Jetzt hat er mich bemerkt Ja, ich bin auch schwer zu ignorieren Wenn ich auch, wenn ich auch schieße, ne? Ja Hier ist glaube ich Kellogs Pistole nützlich Ja Das ist einer mit Totenkopf Also ein Elite-Gegner Ach, aus der Perspektive geht's wieder nicht Hm Echt? Bis jetzt nicht Sooo Hasta la vista, Baby Und dem anderen haue ich glaube ich Granaten um die Uhren Ja Tötet sie alle Ah Sie fühlt sich das an von dem Schön schön in den Arsch getreten zu werden Hehehe Wenn sie etwas wertvolles müssen sie doch dabei haben Ja, haben sie bestimmt auch Wo ist er denn jetzt Ja Jo, das hat gereicht Mal andere Splittergranaten So Irgendwas besonderes dabei Immerhin Ist das ein Boss gewesen? Riders Holobund Das werden wir uns anhören Schlüssel zum GnN Aufnahmestudio Da müssen wir rein Ich glaube da ist die Wackelpuppe Die wir suchen Gut Riders Holobund Und Bruce hat bekommen was er verdient Hier unten In diesem finsteren, kalten, beschissenen Keller stationiert Morgen werde ich mich als erstes mit dem Kapitän unterhalten Und ihm meine Meinung sagen Wer weiß, vielleicht werden wir versetzt Und erleben endlich echte Gefechte Ja Ich glaube die haben eben Ihren heißesten Wunsch erfüllt bekommen Das war doch ein echtes Gefecht, oder? Sie haben es zwar nicht überlebt Aber es war ein echtes Gefecht So wie weit ich das beurteilen kann So, jetzt den Aufzug nehmen Oh Okay Komm schon Baby Zeig mir was du drauf hast Komm schon Baby Oh Da war irgendwas entzündliches Jo, umso besser Das war jetzt nützlich für uns Das sollten wir öfter mal machen Jo Das ist wahrscheinlich Öl am Boden gewesen Du bist vergiftet 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 Ah, ich treffe... im Wot's ja gar nichts... Ja, der hat gelernt, ne? Du hast ja irgendwie so ekliges, grünes Zeug auf der Haut. Ja, also der Effekt von dem Gift ist nicht so stark, wie ich das gerne hätte. Ich habe gedacht, den zieht es richtig runter, ist aber nicht der Fall. Ich denke, ich werde sie umbauen, aber ich werde mal gucken, was für Bolzen es noch gibt. Ein Safe da drin? Na gut. Cool. Klebeband... ...und ein überfälliges Buch... und wir sind jetzt voll beladen. Ich könnte Kate bestimmt noch was aufs Auge drücken, aber davon sehe ich jetzt mal ab. Jetzt brauchen wir den Aufzug. Hallo, ich möchte da runter. Guter. Ist das zu viel verlangt? Der Aufzug muss da hinten irgendwo sein. Habe ich hier was übersehen? Ne, ne? Wir waren gründlich, bis auf die Nasen, die es noch leer zu looten gibt. Wo war denn jetzt der Aufzug gleich wieder? Lauf ich im Kreis oder täuscht das nur? Ne, da ist er doch. Ich glaube, die Explosivbolzen habe ich noch nicht getestet. Die hauen wahrscheinlich krass rein. Erdgeschoss. Erdgeschoss. Gut. Dann folgen wir mal dem Schriftzug hier. Ne, da waren wir schon. Da sind wir falsch. Da auch. Also in den Hauptraum zurück. Da lebt, glaube ich, nichts mehr. Ich brauche hier nicht schleichen. Das könnte richtig sein. Achtung, eine eigene Welt. Alle sind gestorben, als die Bomben gefallen sind. Niemand mehr da, der darüber berichten könnte. Ja, doch. Ich... Nein, da will ich nicht in den Himmelkreis. So, bin gleich wieder umgekehrt. Und hatte die Pause-Taste gedrückt. Da ist auch commonwealth. Da will ich nicht hin. Gut, ich fuchs. Gibt es an der Seite auch noch eine Tür? Ich suche sowas wie einen Radioraum oder irgendwie so. Ja. Also ein Studio suche ich. Der muss echt da hinten sein. Achtung, eine Eilmeldung. Alle sind gestorben, als die Bomben gefallen sind. Niemand mehr da, der darüber berichten könnte. Ja, und was will... Ah, da schau, ist das hier. Was? Und... Okay, ich hab's verstanden. Ihr wollt Ärger. Nehmen wir mal das da, das explodiert und... Was ist denn da los? Das hat Flakonen-Socken gefickt. Und nein, noch eine. Ach, geht nicht. Komm, nehm mal wieder die Alien-Pistole. Das ist immer so lustig. Und ich sollte mich mal heilen. Ja, schau mal, was ist denn da los? Einer weniger. So, und du? Also Treff tue ich ja schlecht damit. Dann machen wir das mal so. Und tschüss. So, wüst randaliert. Muss auch mal sein. Und das müsste der gesuchte Raum sein. Oh, oh. Da geht's ganz schön zu. Machen wir jetzt nochmal und dann haben wir, glaube ich, irgendwie einen Karton. Ich werde mir mit dir den Dreck von meinen Stiefeln beschweren. Was die aushält, das geht ja auf Kakuhaut. Die haben echt gute Rüstungen. Ich könnte mal wieder der andere Waffe nehmen. Der ist, ah, oh, das ist ein Captain West. Das ist ein Boss. Kein Wunder, dass sich der Kampf in die Länge zieht. Ich habe sie noch nie so trodessüchtig gesehen. Ich habe sie noch nie so trodessüchtig gesehen. Ich habe sie noch nie so trodessüchtig gesehen. Kein Feuer! Ich werde dich sauer! Ich werde dich sauer! Gana. Ein Standard Gana. Ok. Den hat's... er will ich... sch... Du weißt, wie man ein Mädchen verwöhnt. Das war's dann wohl. Irgendwas Wertvolles müssen sie doch dabei haben. Ich glaube, jetzt kann ich hemmungslos zugreifen. Captain West. Safe-Schlüssel und... Gedöns. Der Safe-Schlüssel war jetzt wichtig. Ich merke schon, Kate hat ihren Spaß. Was? Eiter-Sack? Wer liegt denn ein Eiter-Sack in den Safe? Und wes Holo-Band der Rest ist... Und das ist das Objekt der Begierde. Eine kleine Waffegruppe. Wir vergleichen mal... Also... Kellogs-Pistole ist eine kleine Waffe, ne? Und macht jetzt 100 Schaden. Und wenn ich die jetzt nehme... Du erhältst dauerhaft 25 kritischen Schaden mit ballistischen Schutzwaffen. Also plus 25. Das heißt... Wird hier nicht eingerechnet. Ich drehe nicht so wert. Ach, es ist der... Weil es der kritische Schaden ist. Genau, den zeigt es ja da nicht an. Aber wir können davon ausgehen, dass das funktioniert. Also wenn die kleinen Waffen kritischen Schaden machen... Dann machen sie jetzt... ...25% mehr. Wo sind denn die? Aber ich glaube, Kate hat ihren Spaß und würden sie jetzt nicht nehmen. Was ist das? Eine Mini-Atombomber? Vielleicht sollte ich ihr doch mal helfen. Aber wo ist die? Hier? Hier? Keiner Leutnant. Jetzt ist es Gunner-Major. Na komm, Mietz, Mietz, Mietz. Haben Leckerli für dich. Da ist noch einer. Der hat mich gar nicht gesehen, der Blindfisch. Umso besser. Und tschüss. Ja, ich bin schon in der hemmungslos Zugreif-Phase. Weil ich annehme, dass wir nicht mehr viele Gegner haben. Kate könnte ein Steampack brauchen, oder? Also den hat sie... Also den hat sie... Genau. Den hat sie schon einmal erledigt. Und ihr seid noch nett verschworen. Ich bin selber schuld. Ja, verwackelt. Oh ja, leicht ist... Die haben schon was drauf. Ich finde mich einigermaßen durchfordert. Irgendwas verfolgt uns. Das ist jetzt nett, aber irgendwann schießt der Boss. So. Jo, und ich werde das jetzt hier so lange machen, bis die Folge voll ist. Das Objekt, das wir eigentlich haben wollen. Und damit den Zweck des Videos haben wir ja schon. Nämlich die Wattelpumpe. Moment. Ganz kurz was... Ja, hier gibt's doch noch was. Und ein Heft gibt's hier noch. Außerdem hatten wir doch eben gerade noch dieses... Äh... Holoband gefunden. Ne, das hätte ich jetzt... Also wer ist Holoband? Das, was da in dem Tresor drin war. Das sollten wir uns anhören. Wo ist es denn jetzt da? Zentrale, hier 429er. Haben Sichtkontakt mit Feinden bei Fallons. Verstanden? Komm. Verstanden, 429er. Wie lange bis sie in Reichweite sind? Zentrale, zwei Meilen bis Reichweite. Komm. Verstanden, 429er. Feuer frei, wenn bereit. Verstanden, Zentrale. Melden uns sobald... Hinterhalt. 429er, sofort zum HQ zurückziehen. Verstanden? Kommen. 429er, sofort zum HQ zurückziehen. Das ist ein Befehl. Kommen. Verstanden, Zentrale. Ziehen uns zum HQ zurück. Endlich. Kommt schon, ihr dreckigen Schweiger. Kommt her. Der nervt mich, diese komische Power-Faust. Genau. Was für eine Scheiße. Kommt mir vor, als hätte ich den Laufpass gekriegt. Nicht von mir, Hase. Nicht von mir, Hase. Wir haben Verluste. Wenn ich dich fühle, wirst du noch leid tun. Ja, das stimmt, ihr habt Verluste. Ja. 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 Ich hab sie noch nie so todessüchtig gesehen. Ja. 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 Ta.. Tür. So! Za.. 3, 2, 1. Meins. Wie fühlt sich das an von nem Mädchen ingeträgten Silvia? Cruz.. Das is noch einer mit Namen. Ich habe keine Aktionspunkte, da kann ich im Bot nichts machen. Steepack. Done. Alien, gewehr mal wieder. Jetzt müsste was gehen. Nee, geht nicht. So. Cruise-Holoband hören wir uns auch an. Sieht aus, als hätten sich die Mutanten zwei Kilometer nördlich von hier niedergelassen und den Großteil der Stadt eingenommen. Offenbar befinden sich die meisten im alten Kaufhaus Fallons. Ich habe vor ein paar Tagen einen Trupp dorthin geführt, um sie zu bekämpfen. Captain West befahl den Rückzug, als unser Trupp in ein Italien geriet. Bei unserer Rückkehr hat mich der Käpt'n vor den Jungs zusammengefaltet und mich dann zum Gespräch unter vier Augen ins alte Aufnahmestudio zitiert. Nachdem er mich mehrere Minuten zur Sau gemacht hatte, versetzte er mich vom Streifendienst zur Wache hier im HQ. Das ist alles so verwirrend. Ich würde dem Käpt'n nie vor der Truppe widersprechen, aber was hat er vor? Warum hat er mir den Rückzug befohlen und dann mir die Schuld gegeben? Kann das sein, dass deren Käpt'n ein Sünd ist und vom Institut angestift wurde? Ah, da schaut, das haben wir noch gesagt. Pistolen und Patronen. Schusswaffen verursachen dauerhaft plus 5% mehr kritischen Schaden. Alle Schusswaffen. Okay. Aber nur kritischen Schaden. Das wird wieder nicht... Das wird wieder nicht hier drin erscheinen, na? Also dann... Ne, sind immer noch 100. Okay. Ja, genau. Ich lese... Ich lese jetzt genau bis zum Lesen hier. Damit hätten wir eigentlich alles, was wichtig wäre. Hier soll es noch eine Luca-Cola-Quantum geben. Aber die ist jetzt nicht so wichtig, dass ich das unbedingt filmen muss. Ich werde jetzt hier mal die Pause-Taste drücken. Sollte sich hier noch was Wichtiges finden. Nämlich das noch ins Video rein. Also bis dann. Jo, und hier haben wir auch noch die erwähnte Luca-Cola-Quantum. Und zwar... Wenn man von hier aus reingeht Richtung Westen. Also durch dieses Dings durch. Nach Westen. Und einmal so ums Eck. Also ich brauche die Dinger ja als Munition für das Gewehr, das ich hier gerade habe. Aber ansonsten dürfte es hier jetzt wirklich nichts mehr geben, was für euch von Interesse wäre. Deswegen schließe ich hier die Aufnahme. Ich habe mittlerweile ordentlich gelootet. Ich schleppe 811. Was auch immer mit mir rum. Kilo werden es wohl nicht sein. Bin also total überladen. Bisschen was gibt es denn, um zu finden. Ich schließe hier die Aufnahme. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Moment, was war das? Mal sehen, was wir da haben. Hey, das Zeug hier solltest du dir wirklich ansehen. Was? Wo bist du denn? Vielleicht ist es für euch doch noch interessant. Hier hat wohl irgendwas gefunden. Wo bist du denn? Wo ist er denn jetzt hin? Vielleicht hat er hier was gefunden, das doch noch für euch von Interesse ist. Okay, wo bist denn du jetzt? Bist du jetzt versteckt mit mir spielen oder was? Da hinten. Da meint sie, gibt es was. Okay, also ich glaube nicht, dass das wirklich interessant ist. Dann bis zum nächsten Mal.